Wie kann ich als Mensch, der viel Liebe in seinem Herzen spürt, in dieser verrückten Welt, in der Verantwortung, die du in deinem Leben trägst, entweder in einem Job, in Familie oder in deinem Unternehmen, wie kann ich das in den Einklang bringen? Oft ist der Gedanke, den wir haben, entweder ich bin voll in meiner Kraft und manage mein Leben, mein Business und alles läuft, oder ich lasse mein Herz zu und dann bin ich schwach, dann bin ich verletzlich, dann kann ich zwar sagen, was ich will, aber es ist die Frage, werde ich da wahrgenommen oder laufen Leute einfach über meine Grenzen drüber? Vielleicht bin ich privat der herzlichste Mensch der Welt und im Business muss ich halt hart durchgreifen und Grenzen setzen und treffe einfach Entscheidungen, das ist dann mehr so ein Pff, auch gegen Leute gerichtet, die fühlen sich dann auch oft angegriffen. Du kannst sowohl in deiner Kraft sein, als auch in deinem Herzen.